Hallo meine lieben Freunde! Okay, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein... Lala! Und Gurke und Tomaten! Den gibt es im Abendbrot. Ich wollte aber eigentlich sagen, was es für ein Video gibt. Heute gibt es eine Alltags-, Haushalts- und Putzroutine. Ich habe das, glaube ich, gerade verwirrend formuliert. Eigentlich ist es einfach nur so, dass ich an einem normalen Arbeitstag mal die Kamera mitgenommen habe, also aufgestellt habe, wenn ich was im Haushalt gemacht habe. Und der erste Teil war am Vormittag. Da habe ich auch noch was anderes an, weil ich habe mich dann bekleckert und musste mich umziehen. Jedenfalls war der erste Teil am Vormittag. Da habe ich hier mal Küche, Wohnzimmer und so weiter. Werdet ihr gleich sehen. Sauber gemacht und aufgeräumt. Und jetzt dann der Rest ist von Nachmittag. Also nach der Arbeit und nachdem ich Karl dann geholt habe. Genau. Und das ist jetzt aber keine Alltags-Putzroutine oder sowas. Das ist einfach mal so ein Einblick in so die Sachen, die ich halt an einem normalen Arbeitstag am Haushalt mache. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.